Was passiert eigentlich, wenn Menschen ein neues Heim suchen? Sie verlassen ihr Zuhause, ihre vertraute Umgebung. Sie trennen sich von einem Teil ihrer Vergangenheit und gehen hoffnungsvoll in eine ungewisse Zukunft. Sie suchen einen Ort zum Wohlfühlen, einen Ort, wo ihre Werte gelebt werden und wo man auf unsere Umwelt achtet. Sie suchen Gemeinschaft und Lebensqualität. In Wahrheit suchen Menschen nicht einfach eine Immobilie. Menschen suchen ein Zuhause. Genau deswegen bin ich Immobilienmakler geworden und freue mich, Sie bei Ihrem Lebenswünschen zu unterstützen. Mein Name ist Andreas Hornig von Remax Welcome Immobilien in Baden-Berlin. GERHIN size arten ries Vielen Dank.